Läuft er rüber, na? Läuft er rüber? Ja, läuft er rüber, ok. Dann gehe ich zur Mitte und baue in dieser Zeit sein Bett ab. Jo Leute, und seid ihr herzlich willkommen zu einer Runde Badwars auf dem Donkey Games Tour heute, ja. Ich glaube, habe ich noch gar keine Runde Badwars gebraucht bisher. Jo, auf jeden Fall herzlich willkommen an alle. Ähm, jo, und da ist gerade der Inpentier auch in der Runde. Jemand, der mich anscheinend auf jeden Fall zu kennen scheint, wenn du sehr oft in deinen Streams. Ist ja mega geil. Schleimerig, ja, alles klar. Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt in Team Blau gekommen. Ich war eigentlich in Team Gelb vorhin, aber es spielen ja nur, in Anführungszeichen nur, äh, 8 Leute mit, weil es wäre eine S16-Map, glaube ich. Also eine 4x4-Map. Äh, aber ja, Donkey Games ist auf jeden Fall ein cooler Server, wenn es auch um das Thema Badwars geht. Weil, erstens mal die Maps finde ich persönlich extrem geil. Und wir sehen auch unten, also wer das Badwars in Donkey Games kennt, man sieht unten auch, wie viel Zeit man hat. Äh, denn nach diesen 5 Minuten, die man normalerweise hat, zerstört sich das Bad automatisch. Und das finde ich ist eine ganz, ganz gute Sache nämlich. Damit kann erstens mal Bowcampen verhindert werden. Und zweitens kann verhindert werden, dass, ähm, die Runden so extrem lange werden. Und deshalb, ja, dachte ich, ich nehme heute hier eine Runde auf auf jeden Fall. Eigentlich hatte ich geplant, äh, mit, ähm, App mit dem Wolf aufzunehmen heute. Also mit, äh, Kevin, den wahrscheinlich auch sehr viele, glaube ich, jetzt mal von euch kennen dürften. Äh, das Ding ist ja nur, der, ja, ich habe mich, äh, um 16.30 Uhr mit ihm im TSV abredet. Und, äh, es ist jetzt, äh, 16.44 Uhr und er ist bis, ja, bis jetzt noch nicht da. Und deshalb, ja, frage ich mich. Ähm, wo der wohl bleibt, er hat sich auf jeden Fall nicht gemeldet bei mir bis jetzt. Ähm, ja. Und diese 5 Minuten, die man ja hat bei seinem Bett, die kann man übrigens auch, ähm, ja, sage ich jetzt auch auffrischen. Und somit, oder ja, ähm, ähm, aufstocken. Diese sogenannten Zeitflämungen, die kann man inzwischen in der Mitte hohen ja gar gesehen haben. Und ich habe zum Glück, äh, ja, gerade recht mal zwei Stücke weg von denen. Und dann gehen wir einfach hier hin und machen die hier drauf. Dann habt ihr unser Bett zwei Minuten mehr. Wir von Team Blau sind wir jetzt auch schon. Und ich hab's eigentlich wohl mal schnell und schwer. Es gibt ja auch ein bisschen andere Items ans, äh, sonst bei anderen. Äh, bei, bei Bellos ja aufkommen zum Beispiel. Ich frage uns auch gerade aufkommen, gerade vorhin mal ganz kurz. Und, ja, aufkommen scheint es rumzubacken, haben ganz viel geschrieben. Okay, Rot hat sich jetzt auch eine Minute erspielt, wie man sieht, wie man sieht. Äh, ich hol mir auf jeden Fall jetzt mal Rüstung. Und dann gehe ich mal gucken. Wollt ihr in der Mitte so lange wie ich verteidigen kann, damit wir an alle Minuten kriegen. Ähm, ja, Leute, wünscht mir Glück, würde man sagen. Team Rot hat sich auf jeden Fall in der Mitte schon gebaut. Bei Team Gelb hapert es noch ein bisschen anscheinend. So, jetzt einfach Team, ähm, Grün. Okay, ich hab auf jeden Fall wieder eine Zeitverlängerung gekriegt. Und ja auch massiv Gold. Okay, na gut, ich bin auf jeden Fall mal eine Minute schnell zurück, wenn wir schon wieder eine haben. Ich meine, ja, warum nicht. Wir sehen jetzt auch, ähm, Gelb und Grün sind ein bisschen unter Zugzwang. Weil in zwei Minuten wird er im Bett zerstört. Und unser Bett hat jetzt dann, äh, ja, gar fünf Minuten Zeit. Ich finde, das ist eigentlich zwei geile Sachen auf jeden Fall. Echt ein großes Lob auch, äh, an Donkey Games auf jeden Fall. Ich habe ebenso nicht irgendein Rang oder so, sondern ich nehme echt ganz einfach deshalb auf, weil ich es gerade so finde. Und warum nicht? Ich habe sogar zwei Ender Chests bekommen, aber zum Preis von einer weiss ich auch nicht. Haha, okay, kann man ja mal machen. So, da ist auf jeden Fall einer von dem Rot und der hat den Bogen. Okay. Schade. GG. Ähm, na gut. Der soll aber, ja gut, der kann von mir aus schon boh campen. Ich meine. Warum nicht? Er hat zweieinhalb Minuten. Wir haben viereinhalb Minuten. Der kann uns nicht so viel tun eigentlich. Okay. Auf jeden Fall, ähm, ganz wichtig, man kann ja auch echt schön gechillt aufbleiben. Egal was passiert. Es gibt dann schon auch die eine oder andere Action-Situation. Und ich weiß nicht warum, irgendwie, ich glaube ich kaufe mir manchmal einfach so viel von dem Zeug, weil ich irgendwie öfter klicke als sonst. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie meine Maus packt rum in letzter Zeit. Auch wenn ich zum Beispiel bei Google Chrome einen neuen Tab öffne oder so. Dann öffne ich meistens gleich zwei auf einmal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an meiner Maus liegt. Ob die irgendwie umbuckt. Aber, ja, ich weiß nicht. So, Team Grün, der im Bett wird wahrscheinlich gleich zerstört werden. Du musst auf jeden Fall gucken, dass ich von Rot mindestens eben den Boden töten kann. So, schade. Okay. Ich versuche jetzt irgendwie ja durchzukommen. Ah man. Ah man. Das wird nix. Schade. Alter, das war sogar noch falsch an am Ende. Ah man. Okay. So wird uns auf jeden Fall nix. Wir haben auf jeden Fall am meisten Minuten der Zeit. Team Grün hat wahrscheinlich gleich ausscheiden. Und die Mode ist jetzt ein bisschen unter Zugzwang. Alter, nichts im Ernst. Mein Teammate hat tatsächlich geleftet. Was läuft denn falsch bei dem? Mann. Warum muss man eine Runde leften? Das ist sowas von unnötig. Ohne Spass, Leute. Ich mag das überhaupt nicht. Wenn man einfach so eine Runde leftet. Ähm. Okay. Gut. Ist dann halt eben so. Ähm. Na gut. So lange Team Rot auf jeden Fall nicht irgendwie wieder. Ah jetzt haben sie zwei Minuten das Spiel verdammt. Okay. Grün ist auf jeden Fall zerstört. Okay. Wird wahrscheinlich gleich auch zerstört werden. Okay. Ich gehe jetzt zur Mitte. Weil ich glaube es ist niemand in der Mitte. Aus von Rot kommt jemand wieder. Ah man. Warum musste mein Teammate einfach leften? Das gefährden mir jetzt gar nicht. Okay. Ich habe auf jeden Fall eine Minute. Schon wieder gekriegt hier. Versucht jetzt so schnell mich in Sicherheit zu bringen. Und sehen. Weil ich bin irgendwie unsichtbar. Läuft bei 1.8 mal wieder. GG. Okay. Ähm. So. Wir haben auch unser Bett jetzt um eine Minute wieder verlängert. Ah ich weiss auch nicht. Ich weiss auch nicht. Okay. Von Grün ist auch jemand schon gestorben jetzt. Sehe ich. Oder Seidmann. Ja. Okay. Ich hoffe auf jeden Fall kommen die Leute nicht auf mich. Das ist schon mal gut. Obwohl es ja anscheinend auch Leute gibt. Die in der unten sind. Die mich ja schon nicht erkannt haben. Ich hatte euch doch oft erkannt in letzter Zeit. Egal auf welchem Seite. Ich hatte einfach was immer erkannt in letzter Zeit. Das ist. Es ist nicht irgendwie schlimm oder so. Aber ich finde es manchmal total krass. Okay. Gell ist jetzt auch resultiert. Das heisst es ist jetzt sozusagen. Ein 101. Um das Bett. Okay. Der hat auf jeden Fall einen Eisenschwert in der Mitte. Und ich denke mal. Da bin ich halt alleine. Bin auch jetzt auch nicht so die bombastischsten Chancen. Hier noch irgendwie. Zu gewinnen oder was zu heissen. Man sieht ja da sogar auch aus dem Buspanzer umbogen. Und da wird jetzt Camping in der Mitte. Denke ich mal. Vielleicht wird er da auch einfach ausheimen lassen. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht so in die Mitte gehen. Hm. Ich würde auf keinen Fall in die Mitte gehen. Wenn der mit den Bogen da ist. Und ich kann mal meinen Bruder im Hintergrund mal wieder. Ich hoffe. Ich hoffe einfach mal. Dass man durch die Musik das Licht zu laut hört. Aber ohne Scheiss. Das nervt manchmal sowas von. Aber ich glaube. Oder viele Leute haben uns auch schon gesagt. Ja ja und ihr finden das wohl lustig. Aber. Ich finde es auf jeden Fall. Ich könnte jetzt am liebsten Auslassen rausgehen. Und dem irgendwie. Eins auf die Fresse gehen. Oder keine Ahnung was. Okay. Der sammelt da schön die Minuten ein. Macht nichts mehr. Ich auch noch 1,9 Minuten. Ah man. Okay. Irgendwie. Der hat den Bogen und der dann ganz bisschen Eis entschwert. Ach komm. Ich gehe jetzt einfach zur Mitte. Ich muss einfach hingehen. Da darf ich auch einfach nicht ziehen. Oh komm. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Okay. Er ist da. Dann schießt mit dem Bogen natürlich. Mal. Okay. Er hat alles besser. Lol. Okay. Der Drange. Ja. Keine Chance. Keine Chance. Äh. Ja gut. Ähm. Er dürfte low sein. Das heisst ich versuche es einfach direkt nochmal bei ihm. Du du du. Mal sehen. Okay. Er läuft weg. Er läuft weg. Alles klar. Das heisst die Mitte ist wieder frei in Anführungszeichen. Hoff ich mal. Gibt es eine Minute. Please. Please eine Minute. Eine Minute nur. So. Man sehen wir können den kriegen. Jo den kriegen wir kriegen. Und dann eine Minute. Okay nice. Achso das war der eine der noch ähm. Pass so eine grüne gar nicht. Rot hat sich zwei Minuten erspielt. Verdammt. Okay. Aber ich habe nur eine Minute erspielt. Na gut. Dann wird mein Bett vielleicht gar nicht weg sein. Er weiss. Ich meine. Einbauen hilft halt hier auf einem Bett nichts. So nicht viel. Blau hat eine Minute. Er spielt vom Gelb Leben aber auch immer noch zwei Leute. Und so. Und die. Gelb zeigt sich einfach nicht. Obwohl der im Bett weg ist. Die machen so gut wie nichts. Oh. Kann man auch machen. Ist auch eine Variante wie man spielen kann. Ja mein Gott Leute. Wie man das hört im Hintergrund. Ich glaube man. Ich glaube es ist sehr so laut. Und äh störend. Aber. Ich weiss auch warum. Und äh ja. By the way. Ich möchte euch auf jeden Fall noch bedanken. Für das grossartige Feedback von euch. Ähm. Zum Minecraft Esperado Video. Weil äh. Ich meine das war nicht selbstverständlich. Ich habe so einfach äh. Gesagt. Jo. Wäre nice wenn wir 100 Likes oder so schaffen würden. Und wir haben äh. Aktuell 120 Likes sogar auf dem Video. Allerdings auch 10 Dislikes. Keine Ahnung woher die kommen. Kann ich ehrlich nicht verstehen. Weil ich meine. Äh also. Es ist ja nicht eigene oder so. Aber Leute sorry. Das Video. Das war meiner Meinung nach. Eins meiner besten Videos überhaupt. Und. Ähm. Einfach mal so. Wenn es Leute gibt. Die sagen. Ey. Das Rollplay war scheisse. Das war schlecht und so. Leute. Erstens mal. Ich bin kein Rollplay-Profi. Und zweitens war das mein allererster Kurzfilm in dieser Art und Weise. Auf meinem Kanal. Nur mal so. Das haben anscheinend nicht ein. Einige nicht gewusst. Und der braucht jetzt einfach mal zu. Keine Ahnung was ihm das bringt. Nämlich äh. Null. Denn ich kann mir auch einfach mal Blöcke kaufen. Ich könnte mir auch mal Rüstung gönnen eigentlich. Ich weiss eben nicht wo hier der Eisenspawn ist. Auf dieser Map. Müssen wir mal noch ausfinden. Okay. Auf jeden Fall brauche ich noch eine Brust. Und Schuhe. Ah. Dafür hatte ich gerade zu wenig Items. Okay. Ich hoffe einfach mal. Wenn die Anzahl einrotter ist in der Mitte glaube ich. Oder nicht. Ach komm. Ich versuch's einfach. Ich und Rot haben jetzt genau gleich viele Minuten. Wir haben jetzt genau gleich viel Zeit. Das heisst wenn ich mir das holen kann. So. Geld baut sich auch in der Mitte. Sehe ich gerade. Okay. Jetzt wird doch noch mal spannend zum Ende. Wer weiss. Wie heisst die Hunde dauert. Das ist doch schon ja 10 Minuten. Ich hätte nicht gedacht dass äh. Donkey Games Hunde doch auch so lange dauern können am Ende. Na gut. Dann ist dann so. Kann man nichts machen. So. Okay. Mal sehen. Wir haben ja 2 Minuten. Die gönnen wir uns. Genau. Direkt wieder. Oh shit. Oh fuck. Da ist jemand mit dem Boon. Ah ne der Rote. Der verdammte scheiss Rote man. Warum. Okay. Er ist da. Ich hoffe er töte mich jetzt nicht mit dem Boon oder so. Das ist ja ultra nervig. Okay. Er schiisst mit dem Boon zwar. Aber ich denke runter schiisst er mich nicht mehr. Dafür bin ich einfach schon zu nahe an meiner Base. So. 2 Minuten haben wir wieder. Aber Rot hat ja auch wieder 2 Minuten gekriegt. Ah man. Warum. Egal. Wir dürfen das schon schaffen irgendwie. Die gelben Kämen jetzt ein bisschen. Okay wo ist Eisenspaw jetzt. Wo ist denn Eisenspaw jetzt. Und er muss. Wo ist der Eisenspaw jetzt. Ich glaube das hier kann es sein. Ja das hier ist so. 46 Eisenspaw. Okay. Kann man ja mal übersehen. Wenn. Würde ich sagen ja. So leicht übersehen. Aber ich wunderte mich doch dass ich immer noch lebe. Obwohl. Mein teammate ja geleftet ist. Okay. Warum nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich halte nichts dagegen auf jeden Fall immer noch zu leben. Also das sind ja eigentlich ein Kissen. Händerschests sind ja untereinander verknüpft. Da müssen wir auch noch denken. Okay. Die roten bauen sich da oben ein. Äh die roten gelben eigentlich natürlich. Und eine rote ist da in der Mitte. Und der andere rote kommt jetzt auch. Okay. Einen anderen roten hat man ja noch nie gesehen. Es war immer äh dieser. Sum. Äh Sam. Sammove hat eh. In der Mitte. Und die bekämpft sich jetzt gegenseitig. Na gut komm Leute. Ich mache Yoda. Ich mache Yoda. Ich gehe irgendwie. Okay. In Pentia ist getötet worden. Von Smooth. Äh von Samm. Oder ah. Kann ich nicht. Oh fuck. Oh shit. Kann auch wieder heisst. Auf jeden Fall. Boastbender. Es ist ultra nervig. Es ist ein ultra 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 noob. Auf jeden Fall. Muss man fast so sagen man. Okay. Äh. Er steht jetzt da. Kann man machen ja. Kann man machen. Auf jeden Fall kann ich mir direkt wieder ein Schwert. Auf jeden Fall. Und wenn sollte. Na. Er ist kein Noob. Er hat das schon gut gemacht. Nur ist das jetzt dann das Problem. Ähm. Dass ich so überhaupt keine Chance habe in die Mitte zu kommen. Und das macht das Ganze nicht so geil. So. Und ich werde langsam zum Ende der Aufnahmen kommen. Deshalb. Versuche jetzt einfach nur die alles. Was geht. Und gehe einfach deshalb in die Mitte. Bitte. Und Rot hat noch eine Minute erspielt. Das ist scheisse. Aber das heisst natürlich auch. Dass er jetzt alleine in der Mitte sein muss. Ich hoffe einfach kein Bogen. Jetzt haben sie nochmal drei Minuten erspielt. Okay. Die haben gewonnen. Die haben gewonnen. Und du. Hör auf mit dem Bogen zu schiessen. Genau. Denn du bist jetzt tot. So. Ich habe nochmal eine Minute. Ich habe noch 20 Sekunden. Diese Minute muss reichen. Ah man. Rot hat einfach so viel Zeit eigentlich. Und die sind einfach noch zu zweit. Ja gut. Mein Bett lebt noch. Mein Bett lebt noch. Und es wird auch weiter leben. Ich muss einfach sofort wieder zur Mitte. Um eine neue Minute holen gehen. Egal ob jemand in der Mitte ist oder nicht. Ne. Es scheint niemand in der Mitte zu sein. Okay. Wir hoffen erstmal. Ich hoffe einfach mal der andere gelbe. Ich sehe die andere noch da. Und verkappe mir das Ganze jetzt nochmal. Okay. Auf jeden Fall habe ich nochmal eine Minute hier. Und ich bin jetzt echt mal gespannt. Was die anderen machen. An sie roten. Oh fuck. Da ist einer. Also ich weiss nicht ob der hackt. Leute. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Ich möchte es auch nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich tot. Und das wird auch mein endgültiger Tod sein. Denk mal. Ich denk mal das wird mein endgültiger Tod sein. Okay. Einen Versuch müssen wir einfach noch wagen. Eine Yoda Aktion und so. Einfach mal ohne Rüstung jetzt. Also. Ah gut. Ne. Mein Bett ist eh weg. In 30 Sekunden kann man nicht zur Mitte gehen. Und dann wieder zurück. Vielleicht schon. Aber es dürfte extrem knapp werden am Ende. Deshalb. Wäre ich es einfach erst gar nicht mal versuchen. Und ich habe schon... Alter. What the fuck. Ich habe schon wieder einfach so viel auf einmal gekauft. Warum. Was ist los mit meiner Maus. Ohne Spass. Auch hier. Ich habe mir einfach dreimal Eisenboots gekauft. Ich habe doch einmal drauf gekickt. What the hell. Warum. Meine Maus. Maus please. So. Jetzt ist auch mein Bett jetzt extrudiert. Alles klar. Und Rot hat immer noch 3,9 Minuten. Und werden die auf jeden Fall auch nicht verspielen. Ich bin gespannt wie es ausgegangen wäre. Wenn mein teammate noch dabei gewesen wäre. Hey. Jetzt. Ohne Scheiss. Ich habe mir einfach schon wieder zwei Eisenboots gekauft. Alter. Warum. 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 Äh. Also. Moment mal. Ich habe keinen Autoklicker oder so an. Das Vorgang läuft nicht. Weil das auch nur von Klickern hört. Also. Was ist los. Ich kann meine Maus packt rum. Ich glaub's nicht. Okay. Zum Mittel geben muss ich jetzt sowjetisch nicht mehr. Und so ganz einfach das aber auch keine Minuten mehr brauche. Wenn man das Bett weg ist. Das Ding ist nur. Die Sowjetärer auch lebt noch. Und die so. Ja. Die anderen beiden. Ja. Die Marota hat dann noch Minuten. Okay. Ich muss mal gucken was wir uns auch für items mitnehmen könnten. Eventuell natürlich ein Bogen. Mal sehen. Bögen. Okay. 12 Gold. Äh. ne 12 Gold gönn uns nicht wir gönn uns aber dafür den hier und einen von denen ok ich hab mir einen gekauft nicht zwei warum nicht ok die Moda hat wieder zwei Minuten mehr spinnt was kostet ihr eine Enderperle? 12 Gold? ne bisschen zuviel für mich bisschen zuviel es gibt keine Rettungstrafe von mir wie auf Gomme ok gibt's Tränke? ich glaube das gibt's auch nicht ne gibt's nicht aber eine Enderperle wäre halt schon extrem geil und die Runde dauert einfach so krass lange also Leute lasst auf jeden Fall ein Like da ne dass ich mal wieder so ein langes Video aufnehme und ich hab an der Rante gerade eine Roter zur Mitte ähm vielleicht kann ich den ja treffen und ich glaube da sind beide in der Mitte die war natürlich echt unsichtbar die scheint sich um den roten ähm gelben zu kümmern jetzt das ist halt viel zu ... ich muss halt viel viel höher schiessen ok warte mal die können sich natürlich jetzt die ganze Zeit in Minuten holen weil ich bin halt oh ich hab aber der Zug ist gestorben ok dann ist er in der Mitte und er hat natürlich bestes Equip ok 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 mit ah ne von hier hinten trifft man eh nicht ne keine Chance das macht's auch gar nicht öhm Na gut, er ist eben schon da. Er ist schon da. Und er campt vielleicht auch ein wenig. Also lassen Sie sich Leute, wenn ich jetzt so mit der G, dann mache ich natürlich YOLO und würde das Ganze auch etwas spannender machen, aber ich werde dafür natürlich auch tot nachher. Also ich wäre der extremste Lacker der Welt und würde das Ganze irgendwie noch reissen. Oder ich kaufe eine Enderperle. Das wäre eine andere Möglichkeit. Okay, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wahrscheinlich ist er einfach nur unsichtbar. Denke ich mal. Bestimmt als Unsichtbarkeits-Kid. Jetzt gibt ja keine Kids bei Bedwars. Also zumindest hier nicht. Okay, er baut sich dann nach oben. Ja, soll ich zu gelb rüber bauen? Ich glaube schon, na? Okay, auf jeden Fall korrekt von ihm, dass er zu gelb geht und nicht zu mir. Okay. Läuft er rüber, na? Läuft er rüber? Jo, läuft er rüber, okay. Dann gehe ich zur Mitte und baue in dieser Zeit sein Bett ab. So, der andere kommt gerade zur Mitte, sehe ich auch. Ich hoffe manchmal, dass er keinen Bogen hat. Weil sonst haben wir so... ein bisschen verloren. So, der hat keine Rüstung. Okay. Jetzt gehe ich zu ihm und baue das Bett ab. Das kann man jetzt gut machen. Außer der andere hat ja einen Enderperle oder so. Aber... Äh... Ja, ich denke mal, das Bett könnte man jetzt abbauen. Mein Lieber. So. Oh, der hat sogar eingebaut. Ja, läuft bei euch. So, ich kann mir auf jeden Fall eine Spitzsacke gönnen. Erstmal. So, komm. Jo, beschäftige mich halt noch ein bisschen. Kannst du gerne machen. Euer Bett ist eh gleich weg. So. Jo, schläge mich. Danke. Danke. Wissen mich da hin. Schön. Jetzt bist du tot. Gut. Bye. Das ist der einzige Punkt, ich will dafür. Oh, nice Sache. Okay, Leute. Es sind nur noch drei Leute insgesamt. Hm. Na gut. Der andere wird sich jetzt... Äh, was? Was hat der denn gemacht? Wie kam der in mein Bett? Achso. Ja, ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich zu gelb ging, ja. Der Dissen gerne auch gerne töten könnte. Da hätte ich echt nix dagegen. Aber, äh, ja gut. Ich halte es nicht. Das ist auch noch zwei Minuten. Ich hätte ihn einfach noch mal zwei Minuten aufs Bett klatschen können. Wenn sie natürlich möchten. Okay. Wie sieht's aus? Aber wenn ihr den treffen, Leute. Wenn ihr den unterschiessen, ihr und ihr. Dann sind wir die Bosse. Okay, ich könnte mich natürlich auch einfach über ihn drüber bauen. Bei auch einer Möglichkeit. Moment mal. Wir gönnen uns jetzt noch mal ein paar Blöcke. So, was macht er? Er kommt, okay. Soll er kommen. Okay, komm. Dann käf ich dann einfach. Er will mich so eh töten, denke ich. Was hat denn der eigentlich für eine Range? Warum hat der so... Also echt, Mann, Leute. Also ernsthaft. Ich weiss nicht, ob der gehackt hat. Auf jeden Fall bin ich raus. Und man ist jetzt an ihrem Spectator-Modus. Äh, aber das sah echt komisch aus. Sorry, Leute. Das... Äh, und... Kannst du euch ping machen oder so? Geht das? Mir geht nichts. Ähm... Ja. Der hat ja nie... Ich konnte ihn einfach nicht hitten. Kann auch sein, dass echt... Ich weiss nicht, ob das ping war. Genau. Ich möchte... PvP ist nicht, kann ich ping. Sag ich auch immer wieder, na. Ähm... Aber sah meiner Meinung nach bisschen komisch aus. Einfach. Egal, Leute. Lasst den Positivwert. Und da würden wir freuen, wenn ihr 50 Likes schaffen würden. Wenn ihr schon unter dem letzten Video über 100 geschafft habt. Schafft ihr locker 50 unter diesem Video. Wir würden uns so freuen. Und dann sehen uns einfach im nächsten Video am Samstag wieder. Oder im Stream am Freitag abends um 8.30 Uhr. Bis dann. Macht's gut. Tschüss Leute. 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 Tschüss Leute.